Meine umgebaute Homebox, Größe 180 cm Höhe, 120 cm Breite, 90 cm Tiefe kosten um die 250 Euro. Ein echtes Terrarium wäre mir natürlich lieber, aber das würde mir um ein Vielfaches mehr kosten. Beleuchtung. 3x Sunlight Q1W 50 Watt auf 180 cm Höhe hängend. Der Strom dafür kommt von einer PV-Anlage, solange kein Schnee darauf liegt. Die Regenanlage läuft einmal morgens eine Minute lange. Die Nebelanlage schaltet sich am Tag alle 30 Minuten für 10 Minuten lange ein und hält mir die Luftfeuchtigkeit auf 70 bis 95% hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017